Bevor es ja mit dem Video richtig losgeht, nochmal kurz Werbung für meinen zweiten Kanal. Dort findet ihr alles, was nicht mit Ballerei zu tun hat. Schaut vorbei, gönnt euch, gönnt mir und ja, viel Spaß damit. Bis dahin, euer Sensels. Tschüssi. Bonus, 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 bonus. Du After, er hat ihn After genannt. Is it the future? I will Baron Van Zell. Was ist er aus dem Deutschen geworden? Auer nach Tal Kirchen kachelt er mit der Bahn, als gäbe es keinen Morgen. Am Hofe des Königs war ich ein Schreiberling. Und hin und wieder massierte ich dem König die Rübe. Ich lutsch gern Schwänze. Er fährt mit der S-Bahn oder U-Bahn direkt in Van Klauers Bude ein. Achso, ja, es ging um die Trophäen im Keller. Er hat ihn da richtig zur Weisgut gebracht. Man hat es gesehen und er hat Penis gesagt. Ja, war ja klar, wenn man dicken hinter einem Busch. Wir sind gut gespawnt. Du rennst los, ne? Ich stürze los, aber ich guck mal, wo es Kaffee in den Fall kommt. Ja, ich muss nur einmal ganz kurz euch auseinanderhalten. Ich renne mal schnell rüber. Nicht, dass das Boden von drüben schon versucht, Fuß zu fassen. Ich gehe rechts rum, ums Dorf. Also Richtung Sniperhügel? Ne, einfach nur ums Dorf herum, rechts rum. Also nicht in den Häusern, sondern außen Zaun lang. Okay. Und guck da immer ein bisschen um. Ihr könnt so lange looten und... Guck mal, ob ich irgendwo jemanden sehe. Geht das erste Haus rein? Ich bin dem gegenüber. Könnte sein, dass wir Besuch kriegen von dem Ende der Straße. Also nicht da, wo wir reingekommen sind, sondern ein anderes Ende. Ja. Ja. Ist tot. Einer ist down. War ein Spieler. Eins ist mal ein mehr. Ich habe nur einen Schatten laufen sehen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich bin immer noch draußen, ne? Am blauen Zaun. Ich näher mich der Leiche. Den Ende des Zauns, rechte Seite, letztes Haus. Okay, ich gehe jetzt rein hier. Ach Mensch, war ein Bambi, Level 12. Oh, Skev. Skev. Beste, zieh die Weste aus. Ah, vergesst. Lass mich. Oder zieh die Weste aus. Kannst du machen. Mach du. Da ist noch einer, ne? Mhm. Hast du die Weste aus? Nein. Hast du umgelegt? Ja. Ja. Ich schaff das nicht, ohne zu schnell, weißt du. Ja, dann, wenn du es nicht schaffst, dann lass sie für Matze. Hm. Na ja, wenn sie bei ihm drin sind, kannst du nichts mehr machen. Aber voll auf mich zu. Kannst du mal mit ihm nett reden. Genau. Warte mal kurz. Da kommt gleich einer. Da kommt gleich einer. Deswegen ziehe ich die auch nie an, weil ich will nackig rein. Mach ich mein Ding, knall die ab. Das sind, wie viel sind das für ein Stück? Das reicht. Das schaffst du eigentlich so. Sobald du in der Situation brauchst du die immer auszuziehen. Ja. Ja. Zumindest auf nahe Distanz, wie das Haus oder wie das Dorf hier, ne? Ja. Ja, gut, das können wir ja immer noch machen. Rent ja nicht weg. Ich habe eine Million von den Erschen. Wenn ihr soweit durch seid, sagt ihr mir Bescheid, ne? Ich bin immer noch am Ende der Straße, rechts, auf der rechten Seite im Busch. Bambi, lass ich mal liegen. Ach so, ich könnte gucken, sein Heilungskram kriegt er sowieso nicht wieder, aber der Rest. Ja, alles was er in den Taschen hat, kannst du ihm abnehmen. Jetzt zeigt er gar nix in die Taschen. Ich war schon jemand in Benjis Hütte, ich laufe zu der Garage, zum Mast, zur Schweinemast. Okay. Ich bin in gar keine Hütte, wie gesagt, ich decke hier oben die Straße, falls einer kommt. Okay. Meine Raben habe ich auch gefunden. Sehr gut, schön. Ich höre Steps, Steps. Von wo? Kann ich nicht ausmachen. Könnte sein, dass ihr gleich Besuch kriegt. Ja, ich mache mein Tür zu. Ja, ich mache mein Tür zu. Ich weiß nicht, ich habe auch jemanden auf Sand knirscheln gehört, als wäre er auf der Straße gelaufen. Ich weiß nicht. Ich bewege mich gar nicht, also mich hört ihr nicht. Und wenn Palk im Haus bleibt, schießt du alles, was draußen rumrennt über den Haufen. Ich sitze am Zaun, am ersten Haus. Ich habe die Tür zugemacht, die Gartentür. Na gut, ihr müsst aufpassen, die können durch den Zaun durchgucken. Und wenn sie einen Scope haben oder so, sehen sie dich durch die... Da ist ja nicht richtig dicht. Ja, an dieser Granatenkiste sitze ich. Er ist im Haus und läuft. Ich? Alles klar. Auch hier schon vorne, ne? Ja. Okay. Also ich sehe nichts. Wahrscheinlich hast du doch meine Steps gehört auch. Das kann gut möglich sein, ja. Als ich auf der Straße ran bin. Wie ein Geisteskranker. Jo, das kann gut möglich sein, weil ich höre auch nichts mehr, außer jetzt eure Steps. Mhm. Und so lange sitzt der dann, ich glaube ich nicht. Ich komme vorgerannt. Okay, ich höre dich. Ich bin ja in der Hütte drin. Und zu dir? Ja. Hm, noch Wasser. Brauchst du noch was zu trinken, Falk? Alles mit. Danke. Thomas, brauchst du was zu trinken? Momentan nicht. Danke. Falk, brauchst du noch hier so eine Darbankrüstung, so eine Weißer? Ah, die kommt zu dir. Wie heißt die M? 3M. So eine 3M? Ja, die Weiße. Die ist für eine Quest, ne? Ich weiß noch mal, die musst du schon abgegeben haben normalerweise, ne? Ja, hab ich schon. Okay. Oh, Level 25. Ich weiß nicht. Gut, wo laufen wir jetzt hin? Du bist der Vorreiter. Du machst mir folgen. Ich würde jetzt Richtung versunkenes Dorf laufen, also Richtung Outskirts, aber unten am Fluss lang, das wir vielleicht am versunkenen Dorf, dann Hochcontainerburg. Ich komme jetzt ins Dorf reingelaufen und dann treffen wir uns und gehen wir los. Okay. Einmal über die Straßenseite und Richtung Brücke wieder, oder wie? Ja, so links. Jetzt kannst du links rüberkommen. Gehen wir hier. Von hier aus über die Straße. Zurück zum Sporen. Ja. Ich bin die Nachroute, bin hinter euch. Will jemand nochmal hier an den Stash? Ich nicht, danke. Falk? Tö, tö. Alle Wünschlust glücklich. Ja. PP19, braucht ihr jemand? Nee. Verächtlich. Verächtlich. Dieser Scheiße ziehe ich mir nicht rein. So, ich gehe weiter vor, Richtung Strommast. Ja, ich bin unter Wasser. Thomas? Ja, ich bin da hinter euch. Okay. Also hinter Wasser, hinter Falk bin ich, glaube ich. Ja, jetzt sehe ich natürlich alle beide. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Und hier waren doch auch mal Skefts oder nicht? Ja. Es gab mal Zeiten, dann waren die hier, ja. Die guten alten Zeiten. Wir sind ganz selten hier irgendwie. Und er lootet schon wieder als Setter. Das ist ein Instinkt irgendwie. Oh, ich muss hier was probieren. Was? Was braucht das? Ich hab falsche Tasse gedrückt. Ich bin hier am Hexenzirkel und den musste ich markieren. Ich hab einen Marker gesetzt. Stimmt. Ich hab bloß einen Jammer mit. Der ist dafür natürlich nicht zu gebrauchen. Das hätt ich auch machen sollen. Ja, das war nur Zufall bei mir. Hast du einen mit? Ja, ich hab einen Marker mit. Okay, komm her. Das ist ein guter Mann. Ich hab auch immer nur einen oder so. Hab ich immer noch ne Tasche, falls ich mal irgendwo dran vorbeilaufe. Ich geh mal auf den Sand. Ach so. Ich geh mal auf den Sand. Okay. Cool. Bringe ich dir nachher gleich wieder mit rein. Brauch ich nicht. Ich wollte drei kaufen und hab 30 gekauft. 30?! Aber ich warte, ich kann dir das Geld dafür geben. Nein! Ihr Aufmatte! Quatsch jetzt. Oh Mann. Da kannst du ja alles markieren. Danke dir. Ne ganz. Komplett Wutz und Reserve. Direkt. Oh. Wo waren die Schüssel? Vor uns, ne? Container Burka. Ja, Container. Genau. Würde ich sagen. Ey. Stapft jemand auf Holz? Thomas, wo bist du? Nein. Kein Holz. Sind das Schüsse oder? Läuft da einer auf euch? Das ist, ähm, drüben. Es sind Spieler. Ähm, auch der, äh, hier, wie heißt die? Kirche. Ah, dort? Ah, das hört sich an wie hier im Bettenhaus. Wollt ihr oder wollt ihr weiter? Ne, dann leg mal um, die sind doch hier. Leg mal genau. Also ich seh das. Erstens, ähm, kleines, äh, das linke Häuschen daneben. Neben der Kirche. Wenn man geradeaus auf die Kirche guckt, linkes Haus. Ich hör doch hier schon einsteppen. Es kann sein, dass es zweit sind. Ich geh mal gucken. Hier im dänischen Bettenhaus ist einer drin. Ja, es sind zwei Stück. Einer ist noch rechts und einer ist links. Im dänischen Bettenhaus oder wie du das nennst. Ja. 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 Aber jetzt habe ich keine Granate mit, oh no. Ich auch nicht. Ich wollte gerade eine werfen. Ich habe eine mit. Dann feuere die da an die Hütte rein. Ich weiß nicht, wo die sind. Hier unten ist das Haus. Wo bist denn du? Wo bist denn überhaupt? Ich bin vor euch, ja? Einen habe ich. Sehr gut. Dann ist nur noch der in der Hütte. Okay. Okay. Okay? Nee. Siehst du ihn durchs Fenster? Sie stehen auch nicht. Er saß. Vorsicht! Oh, Vorsicht! Scheiße, ich bin tot. Mich hat er. Mist. Weg ja auch. Echt? Ja, ich musste nachladen. Falk, lauf weg. Wir sind einerechte Blicke. Wir sind einen Tag. Lure Scheiße, ich bin tot. Bind euch selbst! Ein Hammarsen5-Blicke. Dack, die Fahrzeug sind zum Teil. Ja, wenn euch alles sehen. Das ist für uns sind.